Da die Konsumenten heute immer mehr Macht haben, das bedeutet, dass sie eben auch immer mehr über das Angebot mitbestimmen können. Für die Produzenten bedeutet das, dass sie sich noch schneller einstellen müssen auf globale und sich verändernde Konsumentenbedürfnisse. Daten werden dabei sehr, sehr wichtig werden. Untertitelung des ZDF, 2020